hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren let's play war sie das letzte haben wir abgebrochen weil André so derbe leise war weil wir das so professionell gemacht haben mit Telefon ja jetzt machen wir es über Facebook call weil wir uns Skype nicht leisten können obwohl es umsonst ist aber wir sind einfach zu blöd dafür also wir haben es bisher nicht ausprobiert uns reicht Facebook haut hin also wir brauchen nichts anderes genau ja und wir warten warte irgendeine Nahkampf nein ich kann mir eine richtige Knarre in die Hand legen aber das will ich nicht älteren Stülte wenn er ins Wasser geht weiß ich gar nicht ich habe eine Idee wie ich zu einer Taschenlampe kommen äh auch drauf geschissen der wird jetzt gelöscht zack normal mode 10 best continue zack 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 great new survivor und jetzt Inventor zack so jetzt geben wir um Franky Sanky Inventory zack yeah like a Boss ja ich habe einfach ne FSR ich habe gerade neun gegründet hab die Taschenlampe die er gekriegt hat in die Global Inventory gepackt von der Global Inventory wieder in mein Frankie Sanky Mann, du hast's drauf. Auf jeden. Äh, wie ist der Scheiß-Server noch mal? Fault 13, Public. Ah ja, okay. Jetzt erst mal ein bisschen Zombies abschlachten. Jetzt 27 Leute drin. Es werden immer mehr. Nein, eben war es Eben waren es 31. Ja? Ich hab ne verlassene Militärbasis gefunden, Alter. Ja? Ja. Und wo das denn? Bist du immer noch da oben? Ne, warte mal. Halt mal kurz, die fresse ich mich. Die sind drei Zombies auf einmal. Hm. Ja, die hat mich schon einmal angegriffen. Das tat mir echt weh, Alter. Er denkt sich so hier im Black Ops 1-Style, so ne Multi-Kombo. Haha. Ein Schlag, 20, ähm, Treffer. Und er ist gleich fertig mit Laden. Na jetzt macht er einen auf Schneckentempo. Ah. So. Drei, zwei, eins, go. Ich wurde direkt neben der Fahnen gespawned. Das ist sehr gut. Warte, wo bin ich? Oh, nice. Wo bist du jetzt? Bei der, warte, ah mein Gott, wie viele Zombies kommen hier denn? Warte mal. Wichtig. Ich bin beim Springer Ridge Trailer Park. Also ich bin auch oben. Das ist gut. Wir können uns gleich treffen einfach. Und hier ist kein einziger Zombie. Also zumindest sehe ich keinen. Vielleicht können die bestimmt alle aufgesprungen auf einmal. Da ist eine Barrikade, vielleicht finde ich da eine, was? Ein bestimmter Spieler, der mich sofort abknallt. Ich töte hier grad massenhaft Zombies. Warte, ich sag dir erstmal wo ich bin. Bei Camps Shooter, bei dem See. Oh nein, du hast zu haken. Scheiße. Da hat gerade jemand geschrieben. Hey there. I'm going to kill everyone and everybody in this town or server, was auch immer. Da stand. Ich weiß es nicht. Ich zieh mir jetzt erstmal einen Indiana Jones Hut an. Ich bin jetzt Indiana Jones. Ich kann ja noch einen Indiana Jones Hut haben mitbringen. Oh gut, den brauch ich, Alter. Reicht. Glaubst du, schätzen die Abonnenten, wie alt wir sind? cockrohen? Du meinst unsere, warte, ich glaube wir haben 5 Abonnenten. Aber mit diesen 4 Videos haben wir mehr erreicht als einige. Oh, Alter, ich habe so Damage schon genommen, hätte. Ja, ich laufe noch ohne ein bisschen Damage durch die Gegend. Weißt du, was gut ist? Cola regeneriert auch deinen Hunger. Also wenn du nur Cola hast, und zwar massig. Ich weiß. Ich habe echt Schiss, dass hier der Typ hier die ganze Zeit ist. Aber ich glaube, der wollte einem nur Schiss machen. Ja, er hat es geschafft. Ja eben, das ist ja die Scheiße. Er kann ja wirklich bei, ich meine, bei so vielen Leuten kann er ja wirklich irgendwie so ein Scheiß, äh, Dingser hier. So ein Arsch sein, der die ganze Zeit in einem bestimmten Punkt hockt. Ich sammle jetzt erstmal so viel wie ich kann. Chips nämlich nie. Töte erstmal so viel wie ich kann. Ganz unauffällig mit der Taschenlampe hier ein bisschen herschwenken. Hier ist kein einziger Zombie, das kann doch nicht sein. Naja, die sind wahrscheinlich alle bei mir. Na, oder der Typ hier hat sie alle getötet. Ich habe ja auch gehört, dass die jetzt, äh, das einfügen wollen, dass man mit Autos fahren kann. Boah, das wäre geil. Das wäre auch richtig cool, ja. Das kann doch nicht wahr sein, man. Bisher lag hier irgendwie nichts. Wieso bin ich tot? Bist du tot? Ja. Wieso das? Ich weiß es nicht, da war ein Zombie-Mann und, äh, ich... Das war ein Argument. Ist doch scheiße. Komm einfach ganz schnell auf den gleichen Server und dann ist gut. Halt mit einer anderen Person. Du wirst doch wohl nur eine Taschenlampe noch haben. Ich habe noch maßig Geld. Mit so viel Geld, glaub mir, ein Magazin. Ein Magazin kostet irgendwas mit 3.000 oder mehr. Was ist denn die nächste Stadt hier? Da ist was. Ist das Clearview? Nein, das ist Crystal Lake Resort. Nicht lauf da mal hin. Oh, fuck, jetzt ist ja auch bald wieder Nacht. Auf Nacht habe ich gar keinen Bock. Nacht spiele ich nicht. Ja, soll ich dann einfach den Server verlassen und dann gehen wir aufeinander? Ähm, es ist immer Nacht. Nein. Auf jedem Server. Doch. Doch. Nein. Ernsthaft? Ja, ich habe das schon mal probiert. Ja, was wollen wir dann eine Aufnahmepause machen und dann genau dann an dem gleichen Punkt weiterspielen, wo wir waren, oder was? Warte mal kurz. Nö, wir können schon noch weiterspielen, so halt für bisschen Action. Ja, wir müssen aber nicht dann die komplette Nacht durchspielen. Äh, zu meiner Idee. Da sind auf jeden Fall viele Zombies. Und ein Restaurant. Oh. Hm. Du kommst einfach auf den gleichen Server wieder rauf, ne? Kann ich machen.